I wish you had my imagination. Herzlich willkommen zu dem ersten Teil von der Monster Boss Series von den Boss Stages in dem Labyrinth, wo wir so gesehen alle Stages mal durchgehen bis hin zum Endboss. Deswegen, die erste Episode startet mit dem Water Boss, wo ich euch so gesehen die Abilities erkläre, die Monster vorstelle, die Taktik vorstelle und auch dann auch das Kill-Video präsentiere. Kurz gesagt, hier zu dem Boss, es gibt eine Cheese-Taktik, das heißt man kann die Mechanik mit diversen Monstern oder Strategien umgehen und es gibt die normale Variation. Deswegen, die normale Variation wäre so gesehen mit Immunity-Monstern zu spielen und die andere wäre mit einem Monster, was so gesehen eine Self-Heal-Beziehungsweise Self-Shield-Mechanik hat. Dazu später mehr. Ansonsten, was kann der Boss? Erstmal die ganzen Fähigkeiten. Magical Frost Hammer ist ein AOE, der uns so gesehen mit einer 50% Chance freest. Plus, was ganz wichtig ist zu wissen, ist, diese Fähigkeit kann nicht glänzen. Das heißt, diese Fähigkeit ist entweder ein Normal-Hit, ein Critical-Hit oder ein Crushing-Hit. Das heißt, so gesehen, es kann nicht glänzen, was bedeutet, dass die Chance in Anführungsstrichen höher ist, dass wir gefreezt werden, weil wir so gesehen nicht die Chance auf den Glänz haben. Das heißt, die Chance auf die anderen Typen von Attack sind höher, so gesehen. Und deswegen ist es vielleicht ganz nennenswert zu erwähnen. Dann haben wir Guardian of Labyrinth Passive, die übrigens, glaube ich, alle Bosse haben, diese Passive. Und zwar, immer wenn der Boss 25% HP verliert, heißt, bei 75, 50 und 25%, greift der Boss zusätzlich nochmal an. Plus, was hier ganz wichtig ist zu wissen, ist, additionally weakens the effects of the attack that's proportionate to the HP. Was so viel bedeutet, wie das Damage-Fähigkeiten, die auf dem Max-HP vom Enemy-Scalen nicht funktionieren, beziehungsweise abgeschwächt werden. Das heißt, Fähigkeiten wie Lynn oder die zweite Fähigkeit von Spectra oder auch Sigmarus, das wird abgeschwächt. So wie auch zum Beispiel im Raid oder im Rift. Deswegen, es wäre sonst so krass, wenn es funktionieren würde. Was ich so gesehen auch gut finde, ist, dass es nicht funktioniert. Deswegen braucht diese Monster nicht unbedingt da drin spielen. Sigmarus wäre jetzt noch eine Option wegen Attack Break und Single Attack, die bis auf Crystals und so weiter, ja. Aber ansonsten nicht jetzt so zu empfehlen, sage ich mal. Wie gesagt, Max-HP-Monster, die so gesehen auf dem Enemy-HP-Scalen. Dann haben wir die Immemorial Time Passive, die übrigens, glaube ich, auch jede Bosse von denen haben. Nämlich, jedes Mal, wenn wir einen Zug beenden, bekommt der Boss einen gewissen Teil an Attack Bar. Plus, je weniger Monster wir am Leben haben, desto mehr Attack Bar bekommt er. Plus, doesn't get affected by Attack Bar Change Skill Effects, was so viel bedeutet wie, alle Fähigkeiten, die irgendwie die Attack Bar beeinflussen, funktionieren nicht. Das Ding ist, Attack Speed Slow funktioniert. Anscheinend zählt Attack Speed Slow nicht als Attack Bar Change Skill, warum auch immer. Deswegen, wir haben es selber getestet, Attack Speed Slow funktioniert. Was ziemlich stark ist, muss ich sagen, in diesen Mini-Boss-Stages, wie ich die nenne, weil es ist so eine Art Necromechanik, sage ich mal. Wir haben zwar kein Shield, aber wir haben hier auch nur ein gewisses Zeitfenster, wo wir so gesehen die Crystals down haben und dann Damage auf den Boss machen können. Ja, und dadurch können wir das Zeitfenster, wo wir Damage machen, verlängern. Ansonsten, was meine ich mit den Crystals, beziehungsweise die Towern? Und das wird hier erklärt, denn der Boss kann so gesehen Runen haben, beziehungsweise der Boss ist in der Mitte und links und rechts gibt es einen Tower und jeder Tower hat eine Rune. Und wenn ihr es nicht schafft, in einer bestimmten Zeit den Tower zu killen, bekommt der Boss für ein, zwei Züge, beziehungsweise für ein Zug, dieses Set. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den linken Tower, der aktuell Despair ist, nicht trefft, dann passiert folgendes. Und zwar beim Despair-Set ist es so, dass die Chance von diesem Magical Frost, nämlich der ersten Fähigkeit, der so AOE-mäßig ist, zu 100% freest und nicht 50%. Hi Q, wir kommen zurück. Bei dem Rage-Set, da sieht es schon noch heftiger aus, denn alle Monster werden instant getötet, die gefreezt sind. Und das Wichtige hierbei zu wissen ist, es geht auch durch alle Passive-Skills durch. Das heißt, Unsterblichkeit zum Beispiel von Theos Passive oder auch Garos Passive, scheißegal, weil das Ding ist, diese Fähigkeit macht keinen Schaden, sondern es ist eine Ability, die wirklich heißt, das Monster, das ist gefreezt, okay, wird gelöscht, tschüss. Ja, deswegen, es geht durch Passives durch. Ansonsten, die dritte Rune ist das Focus-Set, was echt ziemlich krass ist auf den ersten Blick. Nämlich, dass die Effekte von dem Boss so gesehen nicht resisted werden können und auch durch Immunity hindurch gehen. Das heißt zum Beispiel, ihr denkt, okay, hier die erste Fähigkeit freest, ah, okay, ich nehme Immunity mit, ziemlich easy. Und dann kommt ihr einfach an eine Fähigkeit, die durch Immunity durchfriesen kann. Das ist halt ziemlich krass. Als letztes haben wir das Will-Set, was eigentlich ziemlich selbsterklärend ist, nämlich tut die ganzen harmfulen Effekte vom Boss, heißt Defense, Break, Attacks, Bissler und so weiter von sich glänzen und wird so gesehen für die Duration des Will-Es-Sets immun gegen diese Sachen, ja. Deswegen, ihr habt immer zwei Crystals. Und wenn ihr jetzt kein Cleave-Team spielt, zum Beispiel mit Double-Lusion oder irgendwie sowas, könnt ihr in den meisten Fällen zumindest nur ein Crystal killen. Deswegen, der Guide besiegt sich darauf, dass ihr nur ein Crystal killt und nicht beide, weil wenn ihr beide killt, ist es eh GG. Ähm, deswegen, in welcher Prio geht ihr so gesehen diese Crystals an? Ähm, ich finde, der aller, aller wichtigste ist der Rage Crystal. Denn das Ding ist, sollte was gefreezt sein, Rage kommt dran, seid ihr One-Shot und es ist eigentlich vorbei. Deswegen, Rage Crystal ist die oberste Prio, dass ihr den immer sofort killt. Der zweitwichtigste Crystal, den ihr so gesehen, ähm, killen solltet, und das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch, muss ich gestehen, ähm, aber ich finde in der Tat, dass das der Will-Crystal ist. Und, ich sag euch, wieso es der Will-Crystal meines Erachtens ist. Und zwar, ähm, wenn der Will-Crystal kommt, wird so gesehen, beziehungsweise sagen wir, wir könnten theoretisch auch Fokus nehmen. Es ist eigentlich, es kommt eigentlich auf die Kombination an, wie die Crystals kommen. Deswegen, wenn zum Beispiel die Spare mit Will kommt, würde ich wahrscheinlich auf die Spare gehen. Ja, wenn zum Beispiel Fokus mit Rage kommt, würde ich auf Rage gehen. Deswegen, es kommt natürlich darauf an, was kommt. Deswegen, ich ändere gerade die Meinung und sag, dass trotzdem Fokus, ehrlich gesagt, wichtiger ist. Weil, ich hatte gerade überlegt, wenn wir Will nämlich haben, können wir so gesehen kein D-Wars machen. Das heißt, nicht viel Damage machen und so weiter. Das Ding ist, wenn wir gefreezt sind, können wir gar kein Damage machen. Deswegen, erste Prio ist Rage. Zweite Prio meines Erachtens ist Fokus, aus dem Grund, dass sie zu 100% gefreezt werden. Das heißt, wir verlieren sowieso einen kompletten Zug und so weiter. Können nichts machen, können nicht heilen, verlieren Leben. Äh, und das ist einfach blöd. Ähm, dann die dritte Prio. Wäre so gesehen, ähm, das Dispare-Set, weil wir dadurch, ähm, auch zu 100% gefreezt werden. Es sei denn, wir resisten. Deswegen, das können wir in der Tat bei dem, wenn es kein Fokus-Set ist. Und der vierte, so gesehen, der Last Prio-Crystal wäre Will. Warum ich Will eigentlich ein bisschen höher priorisieren wollte, ist aus dem Grund, weil wir in der Zeit die ganzen Debuts auch verlieren. Das heißt, Attack-Break verlieren wir. Wir verlieren Attack-Speed-Slow und so weiter. Das heißt, ähm, wir müssen alles wieder nach dem Will-Küsten neu applyen. Ne, aber ansonsten aktuelle Prio bei dem Boss finde ich Rage, größer Fokus, größer Dispare, größer Will. Deswegen, wie gesagt, ähm, ihr könnt es jetzt von den Monster-Composition so spielen, dass ihr zwei Will-Monster spielt und den Rest halt mit Single-Tagged-DPS zubombt. Mit vielleicht einem Healer dazu, weil sonst sterbt ihr dafür oder später, ähm, und, ähm, sehr viel Single-Tagged-DPS, weil ihr müsst diese Crystals down bekommen. Ansonsten, ähm, ich würde euch wirklich zwei Immunity-Buffer empfehlen und nicht nur einen. Denn ich hab's zum Beispiel auch eine Zeit lang mit Woosa versucht. Und das Ding ist, auch obwohl Woosa drei Züge Immunity hat, ist das Problem, dass Valendrunnen in eurem Team vielleicht drin sind. Heißt zum Beispiel, wir spielen Fen-Yan mit, äh, Woosa zusammen, Fen-Yan progt Violent, das heißt, Immunity-Counter geht runter. Das heißt, die, die Boss-Mechanik kommt, wir hätten eigentlich Immunity von Woosa, aber durch die Valend-Procks von Fen-Yan ist Immunity weg. Und, äh, der, der, Fen-Yan wird gefreezt. Vielleicht, den kommen wir jetzt nur mit dem Rage-Set und das war's. Ne, deswegen ist ziemlich blöd. Übrigens, die Reihenfolge variiert natürlich auch, je nachdem, was ihr spielt. Wenn ihr zum Beispiel kein, ähm, keine Valendrunnen in eurem Team habt und ihr habt Wille, äh, so gesehen, Abbauch-Immunity, ähm, müsst ihr so gesehen natürlich Rage nicht priorisieren, wenn kein Focus-Crystal da ist, weil ihr könnt Rage durchlassen, wenn ihr so gesehen keinen Freeze-Up bekommen könnt, weil auch der Focus-Crystal nicht aktiv ist und ihr so gesehen Immunity-Buff abhabt, kann der Rage-Crystal euch nicht killen und so gesehen könnt ihr ihn ignorieren. Deswegen, ihr müsst immer gucken, wie ist eure Immunity-Uptime gerade, welcher Crystal kommt wann wie dran und so weiter, um dann zu entscheiden, welcher Crystal ist so gesehen jetzt wichtig, den ihr killen müsst. Deswegen diese Pure, die ich gesagt habe, betrifft nicht immer zu, weil es darauf ankommt, habt ihr Immunity oder habt ihr keine Immunity. Ansonsten, wie gesagt, das wäre das Team, um die Normal-Strategie zu spielen. Und ansonsten, wir spielen das Team mit der sogenannten Cheese-Taktik, nämlich, dass wir das Monster mit nur einem einzigen, äh, dass wir den Boss mit einem einzigen Monster soloen. Ähm, mehr dazu gibt es jetzt dann gleich in dem Video, in dem Run, weil sonst dauert das Video viel zu lange. Deswegen, ähm, schalte ich euch jetzt so gesehen weiter für den Run, wo ich euch am Schluss auch noch die Runen erkläre, warum das so klappt und so weiter und so weiter. Deswegen viel Spaß beim zweiten Teil so gesehen. So, deswegen zum, zum achten Mal dieselbe Leier. Wir müssen, wie gesagt, versuchen, dass, ähm, Raccoonnie als Last Man Standing in die letzte Phase kommt. Beziehungsweise, ähm, es reichen auch zwei Monster, sofern Raccoonnie einmal den entscheidenden Hit resistet. Aber dazu, ähm, komme ich später noch. Vielleicht tun wir Gain noch mal raus, weil der ein bisschen zu tanky ist. Wir schauen gleich mal, ja. Deswegen, wir kontrollen hier die linken und rechten Crystals, denn das sind die einzigen Monster, die so gesehen uns, ähm, damagen können, zwecks dem AOE, weil, ähm, Raccoonnie vom Element Feuer ist und deswegen die Minotaure immer auf Raccoonnie gehen. Und die anderen Monster müssen, wie gesagt, sterben, damit wir diese Mechanik spielen können, die ihr dann am Schluss seht, was ich meine damit. Deswegen, wir gehen hier auf den linken, wir kommen aber auch keine Stunts hier raus. Kein Defense Break, aber Violent Rock okay. Wir könnten überlegen, den Crystal noch einmal moven zu lassen und ich glaube, das, ähm, ja, machen wir sogar an der Stelle hier, ähm, weil unsere Monster ein bisschen down gehen sollen. Schaffen wir nicht mehr, ist okay, ist okay. Dann, nächste CC Chain. Wichtig ist nur die Minotaure wirklich CC'n, weil die sonst auf Raccoonnie gehen und Raccoonnie dann sehr viel Damage bekommt. Linken und rechten Crystal gut kontrollen, dass die, wie gesagt, den Damage machen auf euren anderen Monster und die killen. Deswegen, wir heilen diesmal jetzt nicht, weil wir, wie gesagt, wollen, dass, ähm, die Monster sterben. Bis auf Raccoonnie. Ja, deswegen linker Crystal kommt gleich dran. Tejo könnte bald in Trouble sein, das passt super. Linker Crystal moved. Irgendwann mal. Jetzt. Dann. Irgendwann mal. Jetzt. Okay. Rechter Crystal kommt auch gleich dran. Raccoonnie müsste es eigentlich überleben. Deswegen, ähm, gehen wir hier auf den linken. Crystal kommt durch. Tejo ist down. Sehr nice. Ähm, wir buffen uns hier hoch, damit wir ein bisschen größeren HP Puffer haben. Ähm, so. Wir killen den rechten Crystal, weil es muss nochmal mehr AOE kommen. Wie gesagt, ähm, Aetna sollte auf jeden Fall noch sterben, weil sonst haben wir zu viele Monster. Linker Crystal kommt gleich dran. Raccoonnie müsste überleben. Vielleicht haben wir das Glück und es chirpt sogar auch noch Genni. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Ähm, ich resette mal zum Spaß den hier. Ähm, na, gehen ja zu viel live. Gehen ja zu viel live. Drei Monster. Okay, es geht. Sofern, ähm, okay. Der Boss hat ein Rage Set. Das Problem ist, wir sind hier gefreezt. Was an der Stelle aber passt. Das passt jetzt ziemlich gut. Denn, ähm, der Boss bekommt jetzt das Rage Set und das Focus Set. Das heißt, wir werden zu 100% gefreezt. Und das Gute ist, Raccoonnie hat am wenigsten HP. Das heißt, er glänzt sich. Und der Rest ist noch im besten Fall gefreezt. Sollten wir bekommen Violent Rock. Und die anderen Monstern sterben. Raccoonnie bleibt Last Man Standing und wir könnten es schaffen. Ja, deswegen, ähm, bitte Raccoonnie bekommen keinen Violent Rock, weil sonst ist das blöd. Oh, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst jetzt? So, zack. Okay, wir haben sogar zweimal resisted. Nevermind. Ähm, deswegen, Genni stirbt. Ja, das passt schon mal. Es sei denn, Raccoonnie haut ihn. Nein! Raccoonnie, du machst nicht das, was du machen sollst gerade. Ähm, deswegen, okay, es passiert nix. Ähm, Rage Set ist wieder nicht da. Deswegen, die nächste Runde müssen wir wieder out sustainen. Ähm, wir bekommen wieder Violent Rocks an den Stellen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das ist echt ein bisschen unlucky gerade. Aber, es wird schon alles gefreeßt. Okay, ist an der Stelle egal, weil der Boss kein Rage Set hat. Ähm, nächste Rotation ist wieder Rage Set. Okay, sehr nice. Raccoonnie hat aktuell auch am wenigsten Leben. Deswegen, bitte kein Violent Rock, Raccoonnie. Genni bekommt einen, was an der Stelle sogar ziemlich gut ist. Bekommt noch einen. Ähm, okay. Deswegen, jetzt gefreeßt werden. Alles gefreeßt, bitte. Okay, nice. Raccoonnie ist nicht gefreeßt. Bitte kein Violent Rock, Raccoonnie. Keinen Violent Rock jetzt hier. Bitte. Please. So. Genni ist down und der Boss ist GG. Ja, das war's. Das meinte ich eben, ja. Also, die Mechanik, die ich jetzt euch erkläre, warum das funktioniert, seht ihr hier, ja. Ja, deswegen, ihr habt euch ja vorhin am Anfang die Mechanik vom Boss erzählt, und zwar, dass der Boss bekommt immer attackbar dazu, wenn, ähm, wir einen Zug beenden. Und je weniger Monster von uns am Leben sind, desto mehr attackbar bekommt der Boss, allerdings ist es aktuell so, ich weiß nicht, ob kommt, du hast es irgendwie fix mit oder so, ich weiß es nicht, ähm, dass wir trotzdem zwei Züge bekommen, auch wenn wir nur ein Monster haben. Ja, also ihr seht es jetzt hier, und das meinte ich mit dieser Cheese-Taktik. Wir lassen jetzt gleich einen Zeitraffer durchlaufen, weil das dauert jetzt circa, letztes Mal hat es circa 45 Minuten gedauert, deswegen wir gehen jetzt AFK und kommen 45 Minuten zurück und dann ist der Boss clear. Deswegen, mit Rakuni funktioniert es, weil er sich halt selber cleansed, aber ansonsten es funktioniert auch mit Monstern, wie ich euch schon vorhin gesagt habe, mit Kaimun, mit Molly, mit, äh, Fenyan, mit Camilla, mit Chao, mit, ähm, was gibt's denn noch, ähm, Rina könnte theoretisch auch gehen. Das heißt, alle Monster, die irgendwie integriert eine Art Passive-Skill haben, wo sie sich entweder bei jedem Zug healen oder sich einen Shield geben und so gesehen den Damage gegen tanken können. Weil, jedes Monster, wie gesagt, zwei Züge kommt, ihr seht, ihr bekommt dann zwei Züge Freeze, ja, und ihr seht aber auch, Rakuni kommt zweimal dran und dann kommt erst der Boss dran. Das heißt, wenn der Boss zum Beispiel auch ein Rage-Set hat, in Kombination mit einem Focus-Set, das heißt, Focus freest uns zu 100%, geht euch Immunity durch und Rage-Set killt alle Monster, die gefreest sind, das heißt, wir müssen eigentlich sterben. Das Ding ist aber, da wir aufgrund dieser Attack-Bar-Mechanik von dem Boss zwei Züge bekommen, nicht nur einen Zug, kommen wir wieder aus dem Freeze raus, bevor der Boss mit dem Rage-Set angreift und uns killt, ja. Ja, und deswegen können wir das jetzt die ganze Zeit im Auto-Modus hier durchlaufen lassen, es ist kackegal, welche Crystals kommen, weil wir cleansen uns jedes Mal den Freeze weg, beziehungsweise der Freeze geht auch automatisch weg, weil wir, wie gesagt, alle zwei Züge, äh, weil wir immer zwei Züge pro Boss-Attack bekommen, ja. Deswegen, so gesehen, das war's, ähm, von dem Guide hier, von dem, ähm, Water-Hell-Boss in dem aktuellen neuen Labyrinth-Patch, ähm, wir lassen jetzt kurz ganz, 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 ganz schnell im Mega-Zeit-Ruffer das ganz schnell, äh, runterlaufen, damit wir den Kill haben, damit ich euch beweisen kann, es hat funktioniert. Vielen Dank. So, hier sind wir, so gesehen, zurück vom Zeit-Ruffer, denn der Boss ist jetzt endlich down, es hat circa so 20, 25 Minuten oder sowas, glaube ich, gedauert jetzt circa, dass das durchgelaufen ist. Minions, kurz die Runen, ach, wir bekommen drei perfekt tolle Sets, ähm, deswegen, ähm, ja, okay. Ähm, deswegen, ja, wir kommen, wie gesagt, kurz zu den Runen, weil ich euch die, wie gesagt, versprochen habe, deswegen, ähm, oder auch zu anderen Teams, ja, deswegen, ihr müsst, ihr seht hier sehr viele Net-Fives und so weiter, ja, es geht nur darum, dass ihr in letzte Stage irgendwie kommt. Deswegen, was ich euch raten würde, wäre, so gesehen, spielt sehr viel CC-Monster, weil dadurch könnt ihr, wie gesagt, diese Taktik besser kontrollen, dass so gesehen ihr diese Minotauren CC-t und die Crystal dann den Damage kontrollieren können, ja, deswegen, ähm, haut da Monster rein, die sehr viel CC-en können. Deswegen habe ich Aetna drin, ja, ähm, die ist auf Support gebaut in dem Fall, dass die, ähm, mit Qualset und so weiter immer gut AOE-Stunt und Defense Break applied in den 4 Stages. Dann haben wir hier, ähm, den Gany drin, der Attack reduziert, da könnt ihr auch Baselt nehmen oder, oder selbst, selbst Spectra könnt ihr nehmen, wenn ihr den auf HP baut oder so, ähm, und, und ähnliches, oder Poseidon, falls ihr habt, um jetzt andere Net-Fives zu nennen. Dann haben wir Taya drin, so gesehen, um irgendeine Damage-Source zu haben, damit wir irgendwie diese Minotaure halt auch down bekommen, beziehungsweise mit der zweiten Fähigkeit von Taya, wenn wir den Crystal killen wollen, auch sofort killen können. Deswegen, ähm, einfach das Monster ersetzen mit einem anderen guten Single-Target-DPS-Monster, damit ihr so gesehen, ähm, in einem entscheidenden Moment den Minotaure killen könnt, bevor er euch so gesehen vielleicht killt. Ähm, und ansonsten zum Hauptmonster, was euch wahrscheinlich interessiert, nämlich Rakuni. Und das Ding ist, Rakuni braucht echt nicht viele Stats, ja, deswegen Rakuni braucht eigentlich nur HP und bisschen Speed, ja, was anderes braucht er nicht. Er braucht kein Valence-Set, er braucht nicht 80 Resivis hier ist und so weiter, deswegen, ähm, aufgrund dieser Boss-Mechanik, äh, reichen täglich auch irgendwie 160, 170 Speed oder so. Also, Hauptsache, er hat halt, ähm, HP, dass er sich halt gegenheilen kann, ja, das ist das Einzige, was er braucht. Der Rest ist bei dem Rakuni egal. Ansonsten, alle anderen Towers sind gemaxed, bis auf Fire-Attack-Tower, der ist auf 7, glaube ich. Light-and-Dark-Attack ist nicht gemaxed, äh, nicht gelevelt überhaupt, deswegen, alle anderen sind gelevelt. Deswegen, so gesehen, das ist das Team, beziehungsweise Rakuni plus CC plus Single-Target-DPS ist so gesehen die Monster-Kombi, die ihr dahernehmen könnt. Ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich hier an der Stelle für dieses Video, äh, dass ihr das, ähm, euch eingeguckt habt und ich hoffe, dass es für euch auch hilfreich war und ihr so gesehen diesen Water-Boss auch killen könnt. Deswegen, in dem Sinne, macht's gut, vielen Dank für's zu gucken, bis zum nächsten YouTube-Video oder bis zum nächsten Stream, macht's gut und ciao, ciao.